PreSonus Studio One hat ein großes neues Update bekommen und zwar auf Version 6. Ich habe das Update schon für dich gemacht und verrate dir jetzt gleich nicht nur meine persönlichen 5 Highlights aus Version 6, sondern auch, ob sich das Update für mich jetzt schon gelohnt hat. Oder auch nicht. Hi, ich bin Jonas vom Recording-Blog. Schön, dass du wieder dabei bist und PreSonus hat es mal wieder getan. Studio One 6 ist da und einige von euch werden jetzt sagen, endlich. Andere wiederum fragen sich, warum? War doch gut. Und benutzen weiterhin Version 4, weil es ja macht, was es soll. Das stimmt auch soweit, aber davon ab sind in Version 6 auch für mich noch ein paar Features dazugekommen, die mir dann doch Lust auf den Versionssprung gemacht haben. Was natürlich auch den großen Vorteil hat, dass ich dir jetzt davon erzählen kann. Immerhin handelt es sich in unangenehmer Tradition bei diesem Update mal wieder um ein kostenpflichtiges Update. Aber vielleicht bin ich auch einfach von Logic Pro X ein bisschen zu verwöhnen. Die halbwegs gute Nachricht zum Thema kostenpflichtiges Update ist aber, dass du als Besitzer jeder Vorgängerversion von Studio One Professional für knapp 150 Euro die neueste Version bekommen kannst. Mit Betonung auf jeder Version, auch wenn du noch Version 1 im Einsatz haben solltest. Und dann sind die 150 Euro natürlich vollkommen okay, denn so bekommst du tatsächlich für eine schmale Marie eine wirklich moderne neue 64-Bit-DAW. Und wenn du Studio One grundsätzlich klasse findest, aber nicht unbedingt die ober-super-duper-Profi-Features brauchst, dann kannst du auch die Artist-Version für knapp 100 Euro kaufen, die für die meisten Belange schon vollkommen ausreichend ist und ab der Version 5 auch ohne Probleme mit Plugins von anderen Herstellern bestens umgehen kann. Mein Preistipp an dieser Stelle, alle Links dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Natürlich hat PreSonus in Studio One 6 jetzt eine ganze Menge Features eingebaut. Eine komplette Übersicht darüber findest du über Änderungen, Verbesserungen, neue Plugins und was weiß ich nicht alles neue Sounds findest du auf der PreSonus Homepage. Und jetzt zu den 5 Features, die für mich neben der leicht geänderten Optik auf jeden Fall schon mal einen Schritt in die richtige Richtung bedeuten. Und das darf ich dir jetzt schon verraten. Eins ist dabei, auf das ich sage und schreibe schon seit Version 3 warte. Und jetzt ist es endlich da. Das ging ja schnell. Ziemlich oft wirst du dich ja, egal ob du Anfänger bist, Fortgeschrittener oder auch als Profi, damit konfrontiert sehen, dass so viele Einstellungen und Möglichkeiten in deiner DAW drin sind, dass sie komplett überladen ist und dass du überhaupt nichts mehr finden kannst. Natürlich ist es toll, wenn du eine Software hast, die vom Funktionsumfang sowohl dem Einsteiger als auch dem Profi komplett genügen kann. Aber warum muss ich dann in der Software mit all diesen Features zugeballert werden, was mich überhaupt nicht interessiert? Und deswegen kannst du jetzt die Bedienoberfläche von Studio One ausschließlich an deine Bedürfnisse anpassen. Egal, ob du nur die Basics sehen möchtest, ob du vielleicht Spezialfeatures für Audiobearbeitung sehen möchtest oder vielleicht sogar eine ganz individuell auf dich abgestimmte Oberfläche. Das geht jetzt ganz einfach. Und wenn du trotzdem manchmal den Überblick auf den Monitor verlieren solltest, keinen Platz für einen zweiten Monitor haben solltest, aber vielleicht so ein Tablet wie dieses iPad hier zum Beispiel, dann kannst du auch per Fernsteuerungs-App fast alles dir anzeigen lassen, auch per Touch sogar bedienen hier. Und das ging zwar vorher auch schon so, aber es sind noch eine ganze Menge Features dazugekommen, sodass es jetzt wirklich interessant ist, das Tablet als zweiten Monitor quasi zu benutzen. Vor allem schon, weil man hier per Touch zum Beispiel so richtig fast schon haptisch Einstellungen verändern kann. Diese praktische Übersicht, die du hier jetzt übrigens über den Kanalzug siehst, die kannst du dir auch im Rechner mit einem Klick auf diesen Knopf hier anzeigen lassen und mit einem weiteren Klick auf den Sticker hier oben bleibt das Ganze dann auch für jeden Kanal aktiviert, den du im Arrangierfenster anklickst. So hast du dann immer einen guten Überblick über das, was auf deinem Kanalzug los ist und kannst auch schnell mal gezielt darauf zugreifen, ohne dass du ständig den Mixer aufmachen musst und hin- und herklicken musst. Ein echtes Highlight ist der brandneue ProEQ für mich, der nun endlich auch als dynamischer Equalizer funktioniert, ähnlich wie der kostenlose TDR Nova. Stell einfach im neuen ProEQ das Band ein, das du bearbeiten willst und ruckizuckig kannst du mit einem Klick hier auf das D den Frequenzbereich auch dynamisch absenken oder eben anheben. Und zwar ohne, dass du dafür auf ein anderes Plugin zugreifen musst. Das ist natürlich nur ein Highlight des ProEQ, denn der ProEQ ist immer so ein bisschen das Baby von Presonus und deswegen werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein separates Video zum ProEQ machen, in dem ich dir alles zeige, was er so kann. Apropos dynamischer Equalizer. Kommen wir mal zu meinem ganz persönlichen Aha-Effekt, nämlich dem Plugin, das ich seit meinen ersten Gehversuchen in Studio One vermisse. Und zwar, Trommelwirbel, den De-Esser. Ich weiß, Studio One hatte immer schon eine Einstellung für einen De-Esser im Kompressor versteckt, aber das hat ja immer nur das ganze Signal komprimiert und nicht eben nur den Bereich, der auch zischelt. Jetzt gibt es also endlich ein eigenständiges Plugin mit dem Namen De-Esser. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit heutzutage, aber Presonus hat es ja endlich auch geschafft, diese Lücke in Studio One zu schließen. Bleibt die Frage, lohnt sich das Update denn jetzt wirklich? Wenn du mich fragst, jein. Kommst du von Version 4 oder vielleicht früher, dann lohnt sich das Update auf jeden Fall. Kommst du von Version 5 eigentlich erstmal nicht, es sei denn, du hast irgendwo 150 Euro rumliegen. Wenn du zwar neugierig, aber nicht zu neugierig sein solltest, dann kannst du ja auch bis zum nächsten Black Friday warten, denn normalerweise wird am Black Friday das Update immer nochmal günstiger angeboten. Würde ich das Update nochmal machen? Wahrscheinlich ja, aber ich würde auch bis zum Black Friday warten und wenn du die Zeit bis dahin noch sinnvoll überbrücken möchtest und immer schon mal wissen wolltest, wie du deine Stimme in Studio One latenzfrei und trotzdem mit Plugins aufnehmen kannst, dann interessiert dich dieses Video hier sicherlich brennend. Da sehen wir uns dann oder in einem anderen Video hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir von Gutem wie immer nur das Beste. Mach's gut und jassu! Ha ha ha! Hallo! Vielen Dank.